Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Alex und heute gibt es eine neue Ausgabe von The Weekly Whisperer mit den Themen Prime Day, gute Sales ohne Royalties und die Bayern, die verstehen wirklich gar keinen Spaß. Ja, der Prime Day, der Prime Day oder die Prime Days sind geschafft, wobei man jetzt sagen könnte, naja, nach dem Prime Day ist vor dem Prime Day, denn Amazon hat ja entschieden, dieses Jahr zwei Prime Days, also nicht zwei Tage hintereinander, sondern das Ganze zweimal zu machen. Ich meine nochmal dann im November, war es Dezember? Ich glaube November ist es. Und dann wird es sicherlich auch nochmal zwei Prime Days im November gehen oder diese Aktion, die halt für 48 Stunden läuft. Und je nachdem, wie unsere individuellen Wahrnehmungen und Erfahrungen jetzt vom ersten Prime Day waren, können wir natürlich dann entscheiden, ob wir im November irgendwas anders machen wollen oder auch nicht. Es gab jedenfalls doch recht großen Unmut, was ich so gehört habe von dieser Aktion. Besonders auf den europäischen Märkten hat es daher zu Komplikationen geführt mit den Rabatten und den Royalties etc. Ich habe auch schon einen Beitrag in meiner Facebook-Gruppe dazu gemacht gehabt. Wer da noch nicht drin ist, auf jeden Fall mit reinkommen. Übrigens an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön auch an alle Mitglieder, die da drin sind, dass diese Gruppe doch recht aktiv noch ist. Es gibt ja durchaus auch Gruppen, die so, naja, im Dornröschenschlaf quasi versinken, wo dann im Prinzip gar nichts mehr stattfindet. Aber dort in der Gruppe, ja, gibt es wirklich noch jede Menge Beiträge, auch immer zu aktuellen Sachen. Es wird viel kommentiert. Also ich denke mal, das lohnt sich tatsächlich noch in dieser Gruppe zu sein. Ja, worum ging es? Nur noch mal ein kurzer anderes. Die meisten werden es ja mitbekommen haben. Am Anfang wurden die kompletten Royalties ausgezahlt, also auch auf den rabattierten Produkten. Das war selbstverständlich ein Fehler, weil Amazon hatte das ja auch schon vorab ganz anders kommuniziert. Das hatte ich vergessen im letzten Video zu erwähnen oder ich hatte es auch tatsächlich in dem Moment, wo ich das Video aufgenommen habe, gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Amazon ja schon explizit in der Mail geschrieben hatte, wir zahlen weniger Royalties aus. Und ja, dann gab es aber eben trotzdem Leute, die gesagt haben, nee, das war bisher nicht so. Also warum sollte es dieses Jahr denn so sein? Und das wurde dann natürlich bestätigt dadurch, dass auf den europäischen Markten oder zumindest auf dem deutschen Markt auf jeden Fall, bei den anderen bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, eben dann doch die vollen Royalties angezeigt wurden bei den ersten Sales, woraufhin dann die Rabatte alle rausgehauen wurden. Und als sie dann erneut wieder auf den Produkten drauf waren, wurde dann eben nur entsprechend der Betrag an Royalties ausgezahlt, beziehungsweise ausgezahlt. Ist ja ja noch nicht, aber angezeigt, der eben zu diesem Produktpreis passt. Auf dem US-Markt waren die Rabatte enorm, ja, also bis zu über 60%. Das wurde, ich weiß nicht ganz genau, ob alles auf einen Standardpreis gesetzt wurde, auf 10 Dollar noch was, also noch niedriger als der eigentliche Minimalpreis, den man überhaupt einstellen kann. Von daher hat man automatisch 0 Dollar an Royalties bekommen. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Wie war meine Erfahrung mit dem Prime Day? Ich muss sagen, ich war positiv überrascht, einfach aufgrund der Tatsache, weil ich das Problem mit den Rabatten nicht hatte. Ich habe diese E-Mail von Amazon ja tatsächlich nur für den EU- und UK-Markt bekommen und hatte aber keine, ja zumindest keine Sales über rabattierte Produkte. Sprich, irgendwas von mir wird schon mit einem Rabatt belegt gewesen sein, aber ich habe keinen einzigen Sale gemacht über diese Produkte, wodurch ich auch nicht rausfinden konnte, welche Produkte bei mir tatsächlich dann einen Rabatt hatten. Ich bin ein paar Sachen durchgegangen, einfach mal aus Interesse halber. Produkte, die sich bisher am besten verkauft hatten auf diesen Märkten mit vielen Reviews oder wie auch immer, konnte ich nicht sehen. Also bei mir war scheinbar einfach nichts rabattiert. Klar, irgendwas wird es gewesen sein, sonst hätte ich die E-Mail wahrscheinlich nicht bekommen, aber ich konnte es jedenfalls nicht sehen. Hat sich entsprechend auch nicht gelohnt, weil ich habe keine Sales darüber gemacht. Das war aber für mich eher ein Vorteil, weil ich habe diesen zusätzlichen Traffic, der einfach auf der Plattform war, gut nutzen können. Also es waren zwei einfach gute Tage. Es war jetzt nicht so wie Vatertag oder wie auch immer, aber es waren zwei gute Tage. Man hat gemerkt, es ist deutlich mehr Traffic auf der Plattform. Ich hatte ja auch schon im letzten Video gesagt, dass ich die Werbung reduziert habe. Dadurch ist der Adspend nicht eskaliert. Er war schon höher, definitiv. Ist ja auch logisch durch den zusätzlichen Traffic. Aber es hielt sich alles noch im Rahmen. Und deswegen war ich eigentlich sehr zufrieden mit diesen beiden Tagen, weil ich auf allen Produkten dann eben ja auch die vollen Royalties bekommen habe, wo wir gerade über Royalties sprechen. Auch auf einigen Produkten, die schon den neuen Preis haben. Zum Beispiel, weil ich weiß, dass das mal gefragt wurde, Popsockets haben sich jetzt tatsächlich welche verkauft, auch für 19,99. Und ich bin mir jetzt gar nicht ganz genau sicher, aber um die 4, 5 Dollar oder so sollten das dann auch sein, ein Royalties für den Popsocket ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, von daher war ich jetzt positiv überrascht. Ich weiß, man konnte ja auch den Preis wohl nicht ändern von den Produkten, weil ich mir dachte, okay, man könnte ja natürlich jetzt den Preis einfach ändern und sagen, ja, das T-Shirt kostet jetzt standardmäßig 30 Dollar. Und wenn man dann 60% Rabatt bekommt, dann hat man zumindest dann auch noch eben ein paar Royalties. Das war ja gesperrt, aber für den nächsten Prime Day oder die nächsten Prime Days wäre das vielleicht eine Option, wenn sie dann wieder diese Aktion machen. Kann natürlich auch sein, dass im November das einfach mit den Rabatten komplett wegfällt oder wenn sie feststellen, das hat jetzt im Juli überhaupt nicht funktioniert, hat ihnen nicht gefallen, wie auch immer, dass sie es dann gar nicht mehr machen. Aber das wäre natürlich eine Option, dass wenn man guckt, welche Produkte waren vielleicht jetzt dieses Mal rabattiert und dann ein bisschen schaut, hatten die viele Reviews, waren das Topseller, wie auch immer. Und dass man diese Produkte dann eben speziell zum nächsten Prime Day einfach mit dem Preis mal ein ganzes Stück nach oben setzt, also zum Beispiel Standard-Shirt auf 30 Dollar, um dann eben von diesem Rabatt zu profitieren, auch wenn es dann eben drunter gesetzt ist, trotzdem noch ein paar Einnahmen zu haben. Weil ja, speziell mit der Werbung fällt einem das natürlich schnell auf die Füße. Also wenn man wirklich einige von diesen Bestsellern hat, die werden halt auch dann viel über die Werbung geklickt und man bekommt wirklich gar nichts mehr dadurch, weiß ich nicht. Also ich finde es immer schwierig, sich dann mit diesem Ranking-Push rauszureden. Das ist ja immer das Argument von vielen. Ja, dafür hast du jetzt einen super BSR und das wird gepusht. Also ich persönlich sehe das überhaupt nicht bei diesen Produkten. Also ich spreche jetzt nicht nur von meinen Designs, sondern generell. Dieser Ranking-Push im BSR, das wird völlig überbewertet. Ja, weil es ist nicht so, dass es danach einfach gleichbleibend genauso gut weiterverkauft, geschweige denn, dass es sich in irgendeiner Form besser verkauft. Also man kann das schlichtweg nicht so hochrechnen, dass man sagt, dieses Shirt hat sich jetzt über die beiden Prime Days, weiß ich, meinetwegen auch 30, 40 Mal am Tag verkauft und hat einen super BSR. Das ist überhaupt nicht gesagt, dass dieses Shirt jetzt im Nachhinein in irgendeiner Weise auch besser funktioniert, als es vielleicht schon vorher funktioniert hätte. Ja, weiß ich, vorher hat es sich halt fünf Mal am Tag verkauft. Weil wenn das so funktionieren würde, das kann man ja gar nicht linear hochrechnen. Wenn jetzt jedes Produkt, was ich über zwei Tage mal einfach gut verkaufen würde, plötzlich danach viel, viel besser verkauft, also so schnell wächst der Kuchen ja gar nicht. Also da müsste es ja Millionen an verschiedenen Produkten geben, die sich immer besser verkaufen sozusagen. Also es muss ja auch am anderen Ende wieder was hinten runterfallen. Und das vergessen halt viele. Und deswegen finde ich es immer schwierig, sich dann mit diesem Ranking-Push sozusagen rauszureden, A, ich investiere jetzt hier, keine Ahnung, 700 Dollar über zwei Tage, weil ich keine Royalties bekomme und mega mäßig in die Werbung putter. Und dafür habe ich aber einen guten BSR und habe das T-Shirt gepusht. So, weiß ich nicht. Ist für mich immer eine sehr, sehr vage Annahme, dass das so funktioniert. Aber gut, kann ja jeder selber machen. Es gibt ja durchaus auch Personen, bei denen es zu funktionieren scheint. Ja, also die auch mit den Preisen generell sehr, sehr niedrig sind und sehr, sehr lange da rein investieren mit der Werbung und dann erst mit dem Preis hochgehen oder wie auch immer. Kann ja jeder machen. Das ist jetzt nur meine Ansicht. Aber ich habe immer gerne schon jetzt etwas raus und nicht erst in zwei Jahren. Aber okay, das soll es dazu gewesen sein. Ich war jedenfalls erstmal positiv überrascht und ja, keine Ahnung, zweiter Prime Day kann meinetwegen kommen. Im November ist das sicherlich vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Vielleicht so als kleiner Push schon mal vor dem Black Friday. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie bei euch der Prime Day lief und wie das mit der Werbung ist. Kleiner Zusatz noch zur Werbung. Bei mir laufen jetzt tatsächlich mit der neuen Umstellung auf den sekundären Marktplätzen. Das heißt UK, DE, Frittis, Marktplätze, die Werbung signifikant besser. Ich bin, glaube ich, auf allen Marktplätzen diesen Monat profitabel mit der Werbung. Ich bin selber überrascht. Aber wir gucken uns das bis zum Ende des Monats an. Dann kommt erst das Fazit dazu. Dann kann ich auch mal was sagen, was ich jetzt im Speziellen umgestellt habe. Ich glaube, außer Frankreich, da ist noch keine Order entstanden. Deswegen bin ich da im Prinzip noch nicht profitabel. Aber ich habe erst zwei Dollar ausgegeben, aber das ist egal. Aber alle anderen Marktplätze tatsächlich mit einem positiven Akos. Von daher bin ich da schon mal sehr zufrieden. So, und um das Ganze nicht zu lang zu machen. Zweites Thema war, die Bayern kennen überhaupt keinen Spaß. Und zwar hat die Stadt München ja schon vor geraumer Zeit das Wort Oktoberfest sich anmelden lassen, sichern lassen, getrademarkt auch in der Netzerklasse 25. Unter anderem, also es ist nicht nur Oktoberfest. Wiesen zum Beispiel gibt es auch. Und dann irgendwelche Sachen mit Dirndl, also irgendwelche Sprüche mit Dirndl. Also da sind wirklich A wie einige Sachen dabei. Und jetzt kam es aber eben zu dem Vorfall, dass viele Sachen auf Redbubble runtergenommen wurden. Spreadshirt habe ich noch nicht mitbekommen, aber Redbubble ging es halt jetzt rum. Da gab es einige Beiträge in amerikanischen Facebook-Gruppen, aber eben auch bei uns. Also auch in unserem Mastermind gab es dann Personen, bei denen was runtergenommen wurde. Ist jetzt auf Redbubble, denke ich mal, noch nicht so dramatisch. Ich glaube auch nicht, dass jetzt die große Abmahnwelle kommt, aber sie werden sicherlich massiv jetzt dagegen vorgehen und einfach nach und nach von allen Plattformen alles runterschmeißen. Deswegen der wichtige Hinweis, Redbubble-Account wäre jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber was den NBA-Account zum Beispiel angeht, würde ich jetzt nochmal die Listings überprüfen. Ja, hat man irgendwo, zumindest auf den europäischen Märkten, Designs oben mit Oktoberfest, Wiesen, Dirndl, diese ganzen Sachen, die eingetragen sind. Also Dirndl pauschal ist nicht eingetragen, aber ihr wisst, was ich meine. Mein Arm verkrampft hier schon halb. Ja, also da auf jeden Fall nochmal drüber gucken und eventuell die Sachen runternehmen. Das heißt, wenn es auf dem T-Shirt steht oder eben von den Marktplätzen runternehmen, das Listing vielleicht nochmal umändern, das Wort einfach rausnehmen. Also einfach gucken, dass man da auf der sicheren Seite ist. Das Gleiche natürlich auch für Spreadshirt, Redbubble, wenn ihr diese ganzen Plattformen mitbespielt, würde ich da eher auf sicher gehen. Denn es kann natürlich trotzdem sein, ja. Also wenn man das oben hält und dass sie dann trotzdem irgendwann mal eine Abmahnung schicken, also gerade in Deutschland ist das ja jetzt nur nicht so ungewöhnlich, dass wenn etwas neu hochgeladen ist zum Beispiel auch, ja, also nach der Anmeldung vielleicht schon, dass sie dann danach gehen oder wie auch immer. Das wollte ich jedenfalls nur erwähnt haben. Checkt das auf jeden Fall mal aus, was da alles angemeldet ist und dann überprüft das nochmal. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Heute, wenn ihr Anmerkungen habt, gerne auch Vorschläge für weitere Videos, schreibt die zusätzlich auch in die Kommentare. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es diese Woche überhaupt Videos geben wird. Ich befinde mich ja hier immer noch im Urlaub und für diese Woche hatte ich nicht vorgedreht. Von daher gucke ich mal, ob mir spontan noch etwas einfällt für euch. Ansonsten ist diese Woche halt einfach mal Pause. Und ja, ich gehe euch dann quasi nicht weiter auf die Nerven. Und nächste Woche geht es dann weiter, wie gewohnt, am Montag mit dem nächsten Weekly Whisper. Ja, und bis dahin eine erfolgreiche Woche. Viele Sales, gute Royalties und reingehauen! Da bin ich mir.